Hallo Jungs und Mädels, mein Name ist Marco Riedmann, ich bin Berufsfotograf aus Würgl, willkommen in meinem Studio hier. Letzte Woche habe ich Modell sitzen müssen für meine Visagistin, die Michelle, für ein relativ lustiges Make-up und wir haben das Ganze mitgefilmt und meine Idee war eigentlich, das euch vorzuenthalten, aber naja, ich entscheide nicht alles da. Lange Räder, kurzer Sinn, Film ab! Das war's für heute, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020